Herzlich willkommen im MOOC How to Hackathon. Wir führen euch in diesem Online-Kurs durch die Planung und Durchführung eures eigenen Hackathons. Wir, das sind Katharina Hohler und Sarah Edelsbrunner von der TU Graz, sowie Dora Kertes und Stefanie Lietze von der FH Technikum Wien. Wir haben im Mai 2022 gemeinsam den E-Accessibility Challenge Hackathon durchgeführt, aus dem auch alle Videos und Beispiele stammen. Wir können also direkt aus eigener Erfahrung berichten, worauf es beim Planen von einem Hackathon ankommt. Hackathon, das klingt für euch nach Computerhacken irgendwie kriminell? Nun, Hacking bedeutet in dem Kontext, Probleme kreativ zu lösen. Ein Hackathon ist eine Veranstaltung, bei der sich Teilnehmende in einem begrenzten Zeitraum mit einem Problem befassen und eine mögliche Lösung erarbeiten. Vielleicht denkt ihr bei Hackathon auch als erstes an einen Programmierwettbewerb. Auch das muss nicht zwingend so sein. Es gibt auch Hackathons in Kunst, Kultur oder vielen anderen Bereichen. Was sie alle gemeinsam haben, Hackathons folgen einem bestimmten Thema. In unserem Beispiel E-Accessibility. Das Thema muss auf jeden Fall zu Beginn feststehen. Ein Hackathon kann ein Einzelevent wie unser E-Accessibility Challenge Hackathon sein, aber auch Teil einer Lehrveranstaltung oder einer größeren Veranstaltungsreihe. Das klingt alles ganz interessant? Dann überlegt euch, bevor ihr euch in das Projekt stürzt, ob ein Hackathon wirklich die richtige Methode ist, um eure Ziele zu erreichen. Hackathons sind geeignet, wenn ihr vorhandene Talente und interdisziplinäres Wissen in einem Crowdsourcing-Setting zusammenbringen möchtet, selbstgesteuertes und dynamisches Lernen der Teilnehmenden fördern möchtet, eure Lehre oder Arbeitsumfeld abwechslungsreicher gestalten und Teambuilding fördern möchtet oder wenn ihr auf der Suche nach neuen kreativen Lösungen für bestimmte Probleme seid. Für uns war es wichtig, dass Studierende verschiedener Hochschulen zusammenkommen und im Crowdsourcing daran arbeiten, die Hochschullehre inklusiver für zukünftige Studierende zu machen. Einen kleinen Hackathon für eure Lehrveranstaltung könnt ihr vielleicht alleine organisieren. Aber einfacher ist es mit einem Projektteam, damit ihr euch die Vorbereitung aufteilen könnt oder damit schon in die Vorbereitung verschiedene Fachbereiche oder Talente involviert sind. Vielleicht gibt es auch Fördermöglichkeiten für euer Projekt. In unserem Fall besteht das Projektteam aus Mitarbeiterinnen der FH Technikum Wien und TU Graz. Unser Fördergeber ist das Forum Neue Medien Austria. Legt auf jeden Fall gleich zu Projektbeginn die Verantwortlichen und euer Budget fest. Thema Projektteam Förderungen festgelegt? Dann habt ihr schon fast alle Basics fixiert. Fehlt noch ein grober Zeitplan und Termine bzw. ein Ort für den Hackathon. Der kann natürlich sowohl online, vor Ort als auch hybrid stattfinden. Unser Hackathon hat in Wien stattgefunden, einige Personen haben sich aber per Videokonferenz dazu geschaltet. Wir hoffen, ihr habt damit einen kleinen Einblick in die Basics bekommen und jetzt Lust, selbst einen Hackathon zu veranstalten. Begräuert